Sie hören? Morgen Helga wird's was geben. Endlich wieder Weihnachten mit der buckligen Verwandtschaft. Von Dietmar Bittrich als Herausgeber. Gelesen von Richard Barenberg, Elmar Börger, Tanja Fornaro, Steffen Groth, Thomas Nikolai, Monika Oschek und Nana Spier. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Till Räther, eine Million Belohnung. Gelesen von Steffen Groth. Einmal verbrachten wir Heiligabend in Polizeigewahrsam, meine Eltern, meine Schwester und ich. Es war der sogenannte Schreckenswinter 78-79. Damals wurden Autofahrer in ihren Pkws eingeschneit und erst Tage später befreit. Züge frohen ein auf offener Strecke. Menschen irrten über klirrende Gleise und wo kein Schnee fiel, überzog Blitzeisstraßen und Gehwege. Alle stürzten. Danke, Ivan, schrieb eine Tageszeitung in West-Berlin an großen Lettern auf ihrer Titelseite, denn die sehr kalte Witterung mit Temperaturen von unter minus 20 Grad kam meteorologisch gesehen aus Russland. Diese Danksagung war Ironie, das verstand ich gut, denn ich war neun. Und Ironie war auf dem Schulhof eine rhetorische Waffe, die wir großzügig einsetzten. Schicke Schuhe. Gut siehst du aus. Die kalte Witterung wurde Russenpeitsche genannt. Ihretwegen machte ich mir Sorgen um meine Geschenke. Meine Schwester, vierzehn, also fünf Jahre älter als ich, nahm meine Schädeldecke in ihre riesigen Handflächen, drehte meinen Kopf hin und her und sagte, es gibt keinen Weihnachtsmann, es gibt keinen Weihnachtsmann. Ich fragte sie, ob ihr das Wort Lieferengpässe vertraut sei. Verpiss dich, sagte sie und warf mich aus ihrem Zimmer. Die Stimmung war angespannt, weil an diesem Tag, an Heiligabend, nicht nur der neue Freund unserer Mutter zum Feiern kommen sollte, sondern auch unser Vater mit seiner neuen Freundin, die er Lebensgefährte nannte, und unsere Mutter unseren Trennungsgrund. Unser Vater hingegen war der Ansicht, unsere Mutter hätte ihn zu seiner Kollegin Geli getrieben durch ihre Frigidität und ihre Psychospielchen. Und dass sie sich sofort räudiger an den Hals geworfen habe, sei wohl Beweis genug, dass sie das alles von langer Hand geplant habe. Reudiger nannte er Rüdiger, den Chef unserer Mutter, mit dem sie nun zusammen war. Unser Vater wunderte sich, dass Rüdiger überhaupt noch einen Ruch bekam, denn er war wohl schon fünfzig. Unsere Mutter hingegen machte sich Sorgen, dass Geli, eine Kollegin meines Vaters, eine hysterische Nymphomanen sei, die unseren Vater ins Grab vögeln würde. Das Wort vögeln kannte ich. Es kam hin und wieder als doppeldeutiger Witz in Samstagabendshows vor. Die anderen Wörter musste mir meine Schwester erklären. Sie legte mir ihre riesige Hand über den Mund und die Nase, sodass ich fast erstickte, während wir den Stimmen lauschten, die aus dem Wohnzimmer kamen. Sobald unsere Eltern stritten, huschte ich ins Bett meiner Schwester. Sie hatte in der Bravo über Scheidungskinder gelesen und ließ mich deshalb unter die Bettdecke. Du musst nun lieb zu deinen kleineren Geschwistern sein, auch wenn sie dich nerven und auch wenn dir sicher selbst oft richtig zum Heulen zumute ist, hatte in der Bravo gestanden. Mir ging es eigentlich gut. Ich brauchte nur die Übersetzungsleistungen meiner Schwester. Das heißt, Geli will immer vögeln, also wirklich immer. Und vorher und nachher Flänzi übersetzte meine Schwester. Sobald es ruhig wurde im Wohnzimmer und unser Vater ging, sagte meine Schwester, verpiss dich jetzt und warf mich aus ihrem Bett. Wenn ich hörte, wie draußen der Fort Taunus unseres Vaters anging, lief ich schon mit kalten Füßen über den Flur. Auf diese Weise waren die Festvorbereitungen verlaufen, denn unsere Eltern hatten beschlossen, das erste Weihnachten nach der Trennung wie erwachsene Menschen zu verbringen. Man müsse doch einen Umgang miteinander finden. Es sei auch für die Kinder wichtig und wo unsere Mutter hier nun die Riesenwohnung behalten habe. Wir würden also, erfuhren meine Schwester und ich, zu sechst feiern, statt wie früher zu viert. Tagsüber rauchte unsere Mutter viel und meine Schwester und ich schmückten den Baum. Ich hoffte auf eine substanzielle Playmobil-Leistung. Ich war gerade erst von Play Big umgeschwenkt, weil ich den Anschluss in der Klasse nicht verlieren durfte. Meine Schwester wünschte sich, dass diese Scheiße hier schnell über die Bühne geht. Wenn im Rias der Wetterbericht... ... ... ... ...